Vererbt. Also, dass ich das mal kriegen würde, das war mir klar. Also, schon zur Bundeswehrzeit ist das festgestellt worden. Und dann habe ich noch 20 Jahre, glaube ich, gebraucht, bis ich Depp dann mir gesagt habe, so Carsten, und jetzt gehst du tatsächlich mal zum Hörgeräteakustiker, jetzt lässt du dich mal beraten und jetzt lässt du es mal machen. 20 Jahre, wie bescheuert ist man? Ich meine, das ist doch irgendwann das Normalste von der Welt. Wir können nicht gucken, dann gehen wir zum Optiker und dann kriegen wir eine Brille. Und wir können nicht hören und dann schleichen wir jahrelang um so ein Hörgeräteakustikerladen. Wie blöd sind wir? Rein da und sich beraten lassen.